Als letztes möchten wir noch eine Rede von Migranti verhören. Schabbat! Was geht? Wie geht's meinen Brüdern und Schwestern im Frontblock? Neukölln! Ich lerne, wir tun es, es ist ein Ler, oder? Wie liegt wir da ja nicht mal, wenn wir uns gut los sind? Wir wünschen allen unterdrückten in dieser Erde einen frohen internationalen Kampftag der Arbeiter in Klasse. Okay Leute, wer hat alles Bock, dass ich in einer ausschweifenden und schlauen Rede soziale und politische Probleme anspreche und dann zum Ende hin mit etwas Drama und schön viel Leidenschaft noch etwas Optimismus streue? Ich heute nicht, heute einfach ohne viel Reden, Schabbabs. Denn heute brauche ich niemandem zu erzählen, warum wir hier sind. Wir alle wissen, wie abgefuckt die Welt ist und wir wissen auch, dass es nicht so sein muss. Unterdrückung und Ausbeutung ist nicht Gott gegeben, sondern Menschen gemacht. Von den Händen der Herrschenden in Politik und Wirtschaft. Ihr Reichtum ist unser Elend. Ihr Reichtum ist menschengemacht von den Händen des Proletariats. Heute werden wir uns hochlebendes Proletariats. Heute kommen wir alle zusammen, ohne viel Labern. Wir schreien, wir laufen, wir stehen zusammen. Diese Straßen sind unsere Straßen. Ihre Krise nicht auf unserem Rücken. Heute enteignen wir, ohne darum zu bitten. Heute kämpfen wir, ohne viel Reden kämpfen wir. Neukölln lebt. Kurdistan lebt. Palästina lebt, wir leben. Migratie verlebt, wie das Land lebt. Für die proletarische Revolution, für Brot, Frieden und Sozialismus. Alle Macht im Proletariat. Vielen Dank, Migrant-Tifa, für diese motivierenden Worte. Vielen Dank, Migrant-Tifa, für das Land lebt.